So, Aldi, jetzt sag's einmal genau so wie ich. Oach, Katzl, Wurf. Der vorprogrammierte Welterfolg. Aldi, du bist doch unser Bub. Ganz egal wie geschissen du redest. Einer Komödie über den Tiroler Freiheitskampf. Äh, wegen der Verstärkung aus Wien. Was ist das denn? Willst du mich häkeln? Ich bin eh schon da. Was willst du noch? Ihr kämpft für den Tourismusverband, für die Agrargemeinschaft und für die Gewissen, dass sich eure Kinder im Gastgewerbe dumm und dämlich verdienen werden. Hab's den angesehen? 30 Franzosen hat der ganze Land niedergemacht. Das war nicht der Hofer, das war ich. Von den Machern von bis jetzt noch gar nix. 1810 für eine Handvoll Kaspersknödel. Ein Farbfilm mit Musik in 2D.